Das ist so die Multi-Purpose-Room. Und plötzlich ist alles ruhig geworden. Und da lernen wir miteinander, wie wir predigen können, wie wir reden können. Wir machen so Preaching Rockets. Das sind Videoclips, die wir zusammen anschauen. Und dann miteinander besprechen und lernen, wie man besser kommunizieren kann. Das ist cool. Das ist ein super Prozess. Guten Morgen. Wie geht's? Das ist gut. Das ist alles. Hallo. Grüezi Schweiz. Whatever he said. Das ist der Senior Pastor, Greg Serrat, von der Seacoast Church. Ganz ein toller Typ. Super Typ. Und ich darf jeden Monat, darf ich einmal mit ihm essen gehen. Und er tut mich coachen. Zusammen gründen wir hier die Metropolis Church in Zürich. Ich kann euch im Message-Run-Through vorstellen. Am Montagnachmittag gibt es Leute, die zusammenkommen. So sechs, sieben Leute. Und die tun den Predigt für den Sonntag zusammengestalten. Also nicht nur den Prediger, der sich das ganze Predigt ausdenkt. Und dann am Donstagnachmittag, der Prediger hat dann Zeit gehabt, in der Zwischenzeit das vorbereiten, das Ganze aufzubauen. Und am Donstagnachmittag tut er einmal den Predigt predigen vor über 10, 15 Leute. Und dann gibt es Feedback. Nach der Predigt sagen die Leute, der Witz ist nicht so gut angekommen. Oder der Witz passt nicht zu diesem Thema. Oder in dem Hintergrund wahrscheinlich der Predigt, der am Predigen ist und die anderen die Zulöser sind. Und dann geht's. Hey, welcome everybody. Glad you're here. Hope you're having a good weekend. And we have a good weekend. Maybe at some point we'll have work on getting me better, hoping to fly along, than what I do every single weekend. So we're in a series and we're talking about... Hi, have a great day. Hi, this is with Stephen. This is my great partner, my Stefan. And here is an annual performance review. This is my favorite friend Emily at the level. She looks very good in polka dots. God bless.